ja und damit herzlich willkommen auf dem kanal erklärungsnot meine wenigkeit der halle dienen und das spiel heißt sunken land für alle die es noch nicht kennen ein open world survival crafting game im stil von waterworld und heute kommen wir zu einem neuen tutorial video ich weiß nicht das vierte oder fünfte was wir jetzt machen zählt auch noch als anfänger tipps finde ich und heute geht es um die fahrzeuge die es im spiel gibt ihr seht wir haben schon ein bisschen auf munitioniert wir haben also schon ein paar und ich glaube eins wurde mir tatsächlich zerstört sieht so aus ja ist auch nicht so schlimm auch ein hubschrauber hammer oder gehen wir jetzt mal darauf ein was braucht man was macht sinn ja welche lohnt sich welche nicht so fangen wir an die ersten zwei die wir bauen können sind tatsächlich das paddelboot und das hölzerne segelboot so beim paddelboot gibt es einen vorteil ist es jetzt nicht es gibt da es gibt den vorteil es gibt den vorteil dass du hinten eine kiste drauf hast der nachteil davon ist ihr könnt nur zu zweit fahren ihr braucht glaube ich auch zwei mann um es zu fahren bin ich mir aber nicht ganz sicher geht vielleicht auch allein aber muss ja auch allein gehen muss ja allein gehen das kostet euch drei 15 schrottmetall teile und komponenten das ist schon finde ich für den anfang schlecht weil komponenten kriegt am anfang nicht so gut und da müsst ihr ein bisschen gucken ob sich das dann lohnt ich persönlich habe das nicht gebaut bin auch kein freund von dem boot es ist mittelschnell es ist okay für den anfang definitiv für jeden da alleine spielt er zu zweit reicht das wahrscheinlich zu teuer eine kiste drauf habt ist das in ordnung die half ist 3000 genau wie beim hölzernen segelboot das haben sie überall noch mal hochgesetzt wie ihr seht sehr sehr gut dass sie das gemacht haben das war wichtig und ich persönlich bin aber trotzdem größerer freund vom hölzernen segelboot einmal weil es einfach günstiger ist kostet 25 holz das kriegt man zusammen es kostet acht stoff und seil den man aus stoff gewinnen kann das ist also in meinen augen eine viel günstigere variante ihr habt mehr platz denn es bietet platz für vier leute da schon mal sehr gutes und ihr habt auch hier eine kiste drauf von 20 punkten da also könnt 20 sachen mit der kiste und es ist relativ günstig geschwindigkeitstechnisch ist es in ordnung jetzt habe ich immer wie immer nichts zu essen dabei geschwindigkeitstechnisch ist in ordnung ich glaube da nehmen sie sich beide nicht viel es reicht von dem anfang definitiv völlig zu ja war ja am anfang ja sowieso relativ im umkreis erkundet und da reicht das völlig aus bis ihr dann soweit seid ein neues boot zu bauen kommt ihr mit dem schon ganze stücke wir hatten es eine ganze weile wir fanden es auch ganz geil und uns hat spaß gemacht wir haben uns auch gleich für das boot entschieden und es war die richtige entscheidung also wenn ihr mich fragt und eine meinung hören wollt von jemandem das schon eine weile spielt 140 tage kann ich euch nur empfehlen bau das holzernes segelboot lasst das paddelboot weg es hat einer in kommentaren geschrieben hatte das paddelboot das ist auch immer so ein ding was dir gefällt das hat ja auch bisschen waterworld feeling aber trotzdem ich finde das segelboot am besten weil es auch wie gesagt auf jeden fall platz für vier leute bietet und ja eine kiste hat und von den ressourcen her relativ günstig ist ist meine meinung ist das die bessere wahl einfach das motorboot den jetski jetski bow rider und marine schnellboot inklusive den hubschrauber das müsst ihr alles finden als blaupausen wenn ihr das dann gefunden habt ist das auf jeden fall nicht ganz schlecht jetzt könnte einer sagen du pfeife hättest du mal gezeigt welcher kiste das kriegst das richtig aber das spiel generiert sich neu das heißt nicht weil der jetski bei mir in der kiste ist ist da bei euch auch in dieser gleichen kiste das ist einfach so ein ding da könnt ihr auch den kistentrick anwenden wenn ihr dort eine blaupause drin habt von irgendwas dann lockt euch aus lockt euch ein macht das immer wieder wenn ihr irgendwann glück habt habt ihr einen von dem boden eine waffe oder sonst was dabei das kannst du aber nicht sorgen dass das das ganze nicht speziell bestimmen dass der jetski immer an der gleichen stelle ist das würde ich bezweifeln soll ja auch nicht so sein und das soll ja sogar noch mehr so werden dass man dass das sich immer wieder wandelt deshalb kann ich euch da keinen tipp geben wo ihr den kriegt ich weiß nur es gibt eine blaupause davon und die müsst ihr eben finden den haben wir auch gebaut den finde ich auch mega cool der ist sehr sehr schnell da macht so andere 180 kunden wenn man vollgas gibt da hebt dann noch so ein bisschen aus aus dem wasser kann ich euch mal schnell zeigen ist auf jeden fall ein schönes ding nachteil ist er hat keine kiste und man kann nur alleine fahren das ist natürlich der punkt und man braucht sprit so da muss ich ganz schön herstellen sag ich mal wenn man jetzt hier vollgas geben noch eine weile hebt da vorne aus ja nicht immer aber manchmal und dann bleibt das so wie als würde dann weedy machen ist ganz geil gemacht das ist ein herrliches bild finde ich mega gut deshalb finde ich den ganz geil und wenn ihr zu zweit oder zu dritt spielt ist das ganz ganz cool ich sage mal selbst wenn ihr alleine spielt ist dann nicht schlecht weil ihr damit einfach mal schnell zum händler fahren könnt oder ihr könnt es halt als schnelles fortbewegungsmittel nutzen es ist so ein bisschen finde ich wie ja es ist einfach so ein bisschen wie bei seven days to die da gibt es ja auch so die motorräder und die sind ja auch mehr so schnelleres fortbewegungsmittel da kannst du auch nur allein fahren vorteil bei den motorrädern ist natürlich bei seven days du hast dort auf jeden fall platz für eine für eine kiste beziehungsweise gibt es halt ein inventar einfach haben übrigens meine kollegen mit denen ich gespielt habe nicht gewusst dem musste ich das erst sagen mir ist aufgefallen ja hat der halt nicht es gibt kein direktes inventar der fahrzeuge sondern ihr habt immer kisten drauf in dem fall ist das nicht so das wirklich einfach zum schnellen fortbewegen ist aber ein cooler stil gerade wer waterworld mag oder so diesen stil das spiel sowieso ist er feiert da muss den jetski einfach musste den einfach haben es ist macht keinen sinn sage ich so wie es ist weil du kannst den nur allein fahren du hast keine kiste du hast also keinen platz da ist also absolut wenn man so will jetzt fürs formen und so völlig nutzlos aber von für den spaß ist auf jeden fall gut zu haben und gerade wenn du inseln erkundest und nimmst deine waffen mit ist da vollkommen ausreichend weil du schnell hin und her kommst und wenn du zu dritt spielt kann dann einer mit dem jetski schnell zurückfahren wieder essen nachholen oder das inventar von sich selbst klar machen und wieder dort hinfahren das ist also alles möglich deshalb finde ich das von zwischendrin finde ich den ganz geil und würde den auch definitiv empfehlen auch wenn er 35 schrottmetall kostet 15 komponenten und 10 eisenbahnen ist nicht ganz billig ist aber auch nicht mega teuer ist nicht so dass du da jetzt ewig lang formen musst weil zum beispiel fortgeschrittene teile oder feine holzplanken inklusive stolpern kriegst du auch ein bisschen später je nachdem was du also wann du das diese stufen freischaltest von der forschungswerkbank so nennt ich es immer und brauchst auch noch elektrische teile ist auch am anfang jetzt nicht unbedingt der puller dass du da viel kriegst du kriegst irgendwann hast du genug aber jetzt am anfang halt nicht so deshalb ist der jetski da schon keine schlechte wahl das motorboot an sich ist natürlich eine top wahl wenn ihr die möglichkeit habt und findet die blaupause schnell noch bevor ihr das segelboot baut was ich bezweifle ich denke jeder wird relativ schnell ein boot bauen aber wenn das so wäre dann würde ich euch sofort das motorboot empfehlen vorausgesetzt ihr habt schon benzin ganz klar sprit halt das kostet euch 15 schrottmetall 10 gummi das vollkommen okay und 10 komponenten das auch vollkommen okay komponenten wie gesagt am anfang nicht so viel zu finden aber im gegensatz zum oberen paddelboot mit sechs komponenten und 15 schrottteile ist das auf jeden fall die bessere war weil die gummis kriegt er auf jeden fall zehn stück kriegt er zusammen und da habt ihr auch eine kiste drauf 20 stecks kleiner nachteil ist natürlich auch hier ihr könnt nur zu zweit fahren das bietet nur platz für zwei aber ihr habt die möglichkeit dass der dritte oder vierte einfach mit drauf springt sich nicht fest hinsetzen können aber dann trotzdem mitfahren können das geht was ich an dem boot mag er hat halt kein segel logischerweise weil es ein motorboot ist dem zuvor gehabt hat er genug platz auch für kämpfe an land das heißt wenn er an land fahrt könnt ihr von dort aus einfach das boot stoppen und drauf rumlaufen und schießen das ist ganz cool gemacht soll ja auch später noch boots kämpfe geben ich glaube da ist es auch zum kentern ganz lustig und wie gesagt gab halt noch eine kiste drauf ist natürlich ein vorteil wenn ihr die möglichkeiten habt baut euch gleich zwei das hat er eigentlich raus da vorne auch noch mal zweimal los mit den booten können super gut losluten finde ich auf jeden fall ganz geil sehr gefeiert wird ja dieses dieser kollege hat der chat stream bow water ein hölzerner segelboot das platz für vier leute bietet das bietet platz für vier leute hat aber keine kiste gibt noch vor nachteile das bietet platz für zwei hat aber eine kiste das für vier hat aber keine zumindest nicht soweit ich wüsste hat aber 5000 hp ist nicht schlecht wann brauchst du das wenn deine basis angegriffen wird machst du es aber so wie der kollege oder was ich empfohlen habe in einer hanker bauen wo du die dinger reinfährst sind die eigentlich auch safe da kann eigentlich nicht viel passieren weil die werden nicht zuerst deine boote angreifen die wollen ja deine insel lauten und nicht deine boote kaputt machen hatte ich ja schon oft gesagt ja kann jetzt jeder anders sehen und sagen bist du blöde meine ehrliche meinung ist das gibt gibt es für mir keine empfehlung schon alleine weil du brauchst dafür zehn stolpern 15 feine holzplanken zehn fortgeschrittene teile und zehn elektrische teile inklusive sprit so das boot ist nicht schlecht das ist ungefähr genauso schnell wie das motorboot ein bisschen schneller vielleicht ist halt so ein typisches jet stream boot hat auch stil ist auch cool und werden die materialien übrig an sagt ach ich brauche ich will es aber trotzdem ich finde es einfach geil dann macht es wer aber sagt ich will ein boot haben was mir was nutzt lasst es definitiv lasst es baut euch lieber das und das zwei mal oder ein jetski und das oder das zweimal und ein jetski und so weiter aber das ist ein spaß ding aber auch wenn du schnell von a nach b fahren willst aber ohne kiste macht das ding halt keinen sinn kann ich jetzt einfach nicht sagen warum da ist das marine schnell boot um längen besser das braucht acht stolpern schon mal zwei weniger braucht 25 gummi also keine feinen holzplanken zehn komponenten perfekt das heißt keine fortgeschrittenen teile hat auch fortgeschrittenen teile braucht auch zehn aber keine elektrischen teile das heißt das und das sport ihr braucht aber dafür komponenten und gummi die zwei sind aber relativ gut zu machen 16 stahl eisen bahn umzuwandeln in acht eisen bahn umzuwandeln in stahl barren ist natürlich ein bisschen aufwendig und kostet auch ein bisschen ressource ist ganz klar er braucht halt 16 stück davon um acht stolpern zu machen aber das lohnt sich denn das marine schnell boot bietet auch platz für vier leute und ihr habt eine kiste drauf das haben wir auch gebaut weil das fand ich auch sinnvoll muss ich ganz ehrlich sagen das hat doch schon wieder kalt hier das gibt es doch nicht so das hat eine kiste und das hat auch vier mal fünf also das heißt 20 stacks ganz normal wie die anderen boote und ihr habt hier überall vier sitzplätze und das ding ist wirklich ganz geil weil das macht laune das macht auch macht auch meter soll ich meine der fahrt auch so vorzusehen sehr schnell los und kommt mit vollgas auf einen da ungefähr auf so dass der selbst wird ja manchmal 25 manchmal 25 wenn man jetzt ganz normal tuggeln ganz normal fahren sogar knapp bei 100 klar wenn jetzt über die ganze karte von willst das hat jetzt natürlich um längen schneller das ist ganz klar aber da man hier sagt okay du hast vier plätze inklusive eine truhe ist das meinen augen die absolut beste wahl die man treffen kann weil es halt auch ressourcentechnisch absolut machbar ist es ist halt nicht so dass es dich auffrisst von ressourcen du sagst scheiße ich würde es gerne haben und es ist auch ein gutes boot aber es ist einfach übel teuer sondern ich finde die ressourcen im gegensatz zu dem was du dafür kriegst ist vollkommen human absolut digitim würde ich sagen ist in meinen augen mit das beste boot wenn man als gruppe spielt oder selbst wenn du allein spielst und es hat halt auch stil das ist halt ein geiles ding das ist ein typisches marineboot eben also wo du mit der marine irgendwo von boot zu boot fährst oder eben auch so polizeiboote sind ja auch so ähnlich das ist irgendwie finde ich das ganz geil also das ding macht auf jeden fall sinn und da lohnt sich definitiv das zeug zu investieren auch da kann man wenn man die materialien hat zwei stück machen weil dann habt ihr halt immer zwei kisten pro boot aber es geht genauso dass ihr das und das boot baut weil ihr habt ja gesehen die zwei boote sind jetzt nicht viel schneller es ist mehr so eine optik sache und hier ist halt nur zwei mann und hier vier mann das ist halt der große vorteil klar wenn du jetzt formen möchtest und bist zu viert und sagst okay wir brauchen sowieso zwei boote weil es nicht reicht dann macht das am meisten sinn weil wenn ihr eh nur zu zweit fahrt dann könnt ihr auch die bauen das ist bedeutend günstiger und ihr habt genau die gleiche kapazität für der kiste her finde ich beschade dass die gleiche hat ich dachte wir ein bisschen größer paar stecks mehr aber gut okay und seid eben günstiger aber trotzdem wenn man mich fragen würde welches der boote am allermeisten sinn macht finde ich das marine schnellboot am besten denn es hat benzin es ist schnell du hast also schnell genug schneller als das segelboot du hast vier plätze das ist top und du hast eine kiste drauf was willst du mehr ist ein bomben boot und macht auch noch spaß sieht cool aus also ich finde einfach ich finde meine meinung ist das ist das beste boot definitiv dann gibt es natürlich noch den hubschrauber das sind graus das ding das kann ich euch sorgen also da da habe ich jetzt mal gebaut dass auch so eine blaue pause und die musste erst finden und auch der hat eine truhe die truhe ist natürlich massiv 1 2 3 4 5 6 x 5 plätze das ist schon eine hausnummer das sind 30 plätze die auch zur verfügung habe das heißt ungefähr so wie der große rucksack der marine rucksack das ist der hammer also wie gesagt die boote haben vier mal 20 bis hierhin also ihr habt da noch mal zwei reihen mehr zum looten inklusive euer eigenes inventar und das eurer kollegen das ist der absolute hammer keine frage macht auch sinn jetzt sage ich euch aber was möchtet ihr bitte in einem survival spiel was wo es ums wasser geht mit einem hubschrauber so jetzt kann der ein oder andere sagen ja da kannst du auf inseln fliegen das ist richtig das ganze auch mit dem boot mit dem boot und da bist du bedeutend besser weil du viel agiler bist das problem bei dem hubschrauber was ich habe ist dass der unglaublich schwer zu steuern ist jetzt schon hier es ist es ist es ist unglaublich schwer ihr müsst halt immer den wo bin jetzt gelandet weggepackt da ist ja auch bei vielen spielern in den boden gepackt das hatte ich zum glück nicht ich glaube bei mir setzt tatsächlich weggepackt das hatte ich zum glück nicht bis jetzt aber ist ich finde es halt wirklich ihr habt halt dort auch ihr habt abstieg und heben na wenn wir jetzt weh drücken dann kann man ganz normale luft heben das geht ihr dürft nur die maus nicht bewegen auf keinen fall und dann können wir uns neigen ihr seht da der joystick ist ein bisschen schwer zu erkennen aber je nachdem wo wir den joystick hinneigen also die maus hinziehen nach vorne hinten links und rechts neigt sich der hubschrauber und so müssen wir agieren d und a ist links und rechts schwenken das ist auf jeden fall nicht schlecht c ist beenden da steigt einfach aus würde ich nicht empfehlen und absteigen ist halt s das heißt wir können jetzt hier drehen ein bisschen so und solange du so fliegst geht das aber wenn du jetzt nach vorne fliegst du musst wirklich ständig mit der maus nach korrigieren das jetzt auch jetzt wenn ich mal irgendwie sinnvoll landen will es ist ich finde schwer ich finde es echt schwer da steht im feuer krass ja ist ein krasses ding muss ich echt sagen muss man sich erst daran gewöhnen da hat gleich mal 7000 hit points übrigens auch das ein riesen vorteil von diesem von diesem marineschnellboot vier mann eine kiste und 7000 hp im gegensatz zu 3 gegensatz zu 5 top der hubschrauber von der kiste her bombe von der material anschaffung her 30 rottmetall ist okay 10 stolpern sind 20 eisenbarn das ist schon hart also das muss man sechs komponenten ist weniger als hier das auch okay ja gut zehn elektrische teile das kriegst vielleicht noch zusammen und dann nochmal zehn komponenten ist auch okay sage ich mal von hubschrauber noch völlig okay ihr braucht dadurch auch hier sprit den müsst ihr einfüllen ist ganz klar ist auch ein bisschen tricky da den treibstoffcontainer zu treffen da 20 liter es sieht mega cool aus es ist wirklich cool gemacht das ist so ein perikopter ding und ihr habt halt hier die möglichkeit zu zweit zu fliegen mehr geht nicht das war aber bei ich weiß nicht wer es kennt vielleicht far cry 4 gab es ja auch diesen perikopter speeder und ich haben es geliebt das spiel und auch dann den perikopter und er ging auch noch zu zweit und das ist vollkommen okay finde ich für so einen hubschrauber und auch die kisten kapazität ist der absoluter hammer und die möglichkeit halt von insel zu insel zu fliegen ist auch geil da aber die steuerung absolut nicht geil ist und sehr schwer vielleicht hat ein oder anderen joystick zu hause oder kennt das so mit diesen neigen und so weißt da hätte ich mir echt gewünscht dass es ein bisschen archadischer ist weil es geht ja um survival crafting game nicht um eine flugsimulation und da finde ich finde das einfach zu übertrieben dass die maus neigen muss mit den joystick und so ich fliege sehr gerne hubschrauber spielen habe ich auch immer bei gta gemacht oder breakpoint oder whatever da habe ich immer die leute an den einsatzort geflogen bin dann abgehauen ich fand ist immer mega cool es hat spaß gemacht also ich habe den geholfen nicht dass ihr jetzt denkt aber ich habe die immer gerne geflogen weil die konnten es nicht so gut aber in dem spiel muss ich echt sorgen mache ich es nicht gerne und würde es auch ungern machen ich werde ihn kaum nutzen wenn vielleicht mal zum spaß erstens das risiko ist ja hoch dass du irgendwo fest hängen bleibst wenn du landest weil du keine übersicht über den hubschrauber hast du kannst ja die kamera nicht umschalten weil du die vogelperspektive hast von oben drauf so dass du sehen würdest wo du landest sondern du musst es ein bisschen abschätzen ist verdammt schwer und gerade auf einer insel wo viel steht ist es sehr sehr schwer zu landen klar du kannst einfach rausspringen und dann wie es bei mir jetzt ist dann hängt er halt schräg drinnen wie ein juckts aber das problem ist einfach kann er immer dann kaputt gehen und gerade wenn da gegner auf der insel sind stelle ich mir das sehr schwer vor da schnell zu landen und wieder wegzukommen hoch im himmel kommst du ja da muss halt einer im hubschrauber sitzen bleiben oder steigt schnell ein steigen und ab aber ja ich muss ehrlich gesagt sagen vielleicht petzen das nochmal aber bis jetzt gibt es von mir persönlich da keine crafting empfehlung weil es für mich einfach auch keinen sinn macht ihr habt halt die bote und die sind schnell und die sind gut die sind wendig damit kannst du alles super machen und darum geht es im spiel auch der perikopter ist eine nette ergänzung definitiv warum nicht so ein hubschrauber darf nicht fehlen da finde ich aber einfach sollten irgendwie was patchen schreibt auch rein ob ihr das mögt so wie es ist oder ob ihr auch sagt na es könnte ein bisschen archetisch sein ein bisschen einfacher einfach ne w a s d zur steuerung des hubschraubers vorne neigen hinten links rechts fliegen rausgeben und so weiter mit leertaste von mir aus hätte völlig ausgereicht da aber dass du w zum steigen drücken musst s zum senken gut da kann ich noch mitgehen aber dass du halt dann noch die maus so bewegen musst du musst wirklich ständig nachjustieren es ist unglaublich schwer eine linie zu fliegen du bist auch sehr sehr schnell übers ziel drüber raus geflogen ha 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 wortwitz nee aber das ist echt so ich habe mal versucht eine insel anzusteuern ist echt schwer und wie gesagt wenn da viel steht und gegner sind und ihr müsst landen kannst du sicher bevor ihr irgendwie dazu kommt das ding ordentlich zu landen entweder springt da einfach raus oder schießen soll ich also ich weiß ich bin nicht so begeistert von dem ding ich finde es nicht so geil ich habe mir ein bisschen mehr erhofft aber es ist mir einfach zu schwer zu steuern für so ein spiel da in dem spiel geht es mir um andere sachen da habe ich keinen bock noch eine bedienungsanleitung auswendig zu lernen und zu studieren um hubschrauber zu fliegen sage ich so wie es ist also ist mir einfach zu kompliziert vielleicht wird es noch gepatcht ein bisschen vereinfacht wie gesagt die hp ist top die kiste ist riesig das ist bombe und ihr habt platz für zwei mann völlig ausreichend für den hubschrauber ihr könnt aber auch nicht auf dem wasser landen da hat der räder vielleicht wird das mal noch gepatcht dass man da irgendwas anbauen kann dass da irgendwie ein wasserflugzeug hast so ein kleines oder so was in meinen augen bedeuten mehr sinn machen würde oder einen kleinen wasserhubschrauber gibt es ja auch mit so balance unten dran das würde für mich ein bisschen mehr sinn machen als ein hubschrauber aber es ist wahrscheinlich auch so gewollt dass du nur von insel zu insel fliegen kannst und nicht auf dem wasser landen und dann wäre auch ein bisschen einfach vielleicht und würde auch zu schnell gehen deshalb ist auch ein boot geiler weil du fährst irgendwo drüber und deckst irgendwas und kannst gleich rausspringen tauchen das ding luden und die kiste reinpacken beim hubschrauber musst du erst auf irgendeine plattform landen dann springst du dort raus und gehst das wasser oder der zweite springt vom hubschrauber ab und steigt dann irgendwie wieder zu geht vielleicht auch wenn du über das wasser schwebst und dann springt er wieder drauf aber trotzdem ja für eine insel auf jeden fall nicht schlecht weil er eine große kiste hat und wem die steuerung nichts stört oder so naja du bist einfach zu dumm das keine Ahnung das ist doch easy dann auf jeden fall bau das ding es ist halt wie gesagt kostentechnisch nicht billig und ihr müsst es finden es ist nicht einfach also ich habe das war ein zufall ich glaube sogar das habe ich bei diesem wo ich euch den kisten klitsch gezeigt habe in dem video da war da glaube ich mit drin beim ersten mal wo ich das getestet hatte und da hatte ich einfach schwein ist dasselbe was ich immer sage wenn ihr irgendwo eine kiste habt wo ihr zum beispiel ein boot kriegt zum beispiel das jetstream bowrider boot oder den jetski dann lockt euch aus ein und macht das so lange vielleicht habt ihr dann hubschrauber dabei gibt halt keinen genauen standort wo ihr den findet jetzt bis jetzt zumindest noch nicht wie gesagt kostentechnisch ist da mir einfach auch zu teuer dass ich das irgendwie lohnen würde wenn sie das spiel updaten und dann kommt ja auch noch mehr dazu mehr inseln oder was auch immer ich glaube dann macht das vielleicht schon sinn oder wenn du vielleicht auch mal wirklich eine schwimmende basis baust wo du drauf landen kannst dann ist es auch irgendwo cool wenn du dann einfach lufttechnisch mobil bist aber mir persönlich reichen die boote ich bin froh dass wir das haben ganz klar das ist ein cooles ding vielleicht werden die anderen zwei jetzt mal probieren oder werden mal testen auf jeden fall noch aber im moment mit dieser steuerung ist da für mich nicht attraktiver das sind die boote für mich um lenken besser weil es einfach viel schöner viel schneller und präziser lenken kannst auch wenn die kiste ein bisschen klar ist genau das war mein tutorial zu den fahrzeugen in sanken land ich bin mal gespannt was ihr wieder schreibt fleißig ob ihr daumen nach oben gebt vergesst das bitte nicht und auch immer schön weiter abonnieren damit ihr auch solche guten folgen wie gesagt nicht mehr verpasst und ja schreibt mal ein was euer lieblingsboot ist wie gesagt meins ist definitiv das marine schnellboot ich finde das mit am besten das macht einfach sinn und der jetski ist natürlich einfach cool und schreibt auch bitte rein wie ihr den hubschrauber findet ob ihr den schon gefunden habt oder ob ihr sagt ne ach ne will ich auch gar nicht haben oder ob ihr sagt ne das ist doch ein geiles ding die steuerung da gewinnt man sich dran das kann auch sein ich habe es erst eins mal probiert ich finde es aber trotzdem einfach zu kompliziert und ja aber wie gesagt schreibt gerne rein ich freue mich auf eure antworten und kommentare ich sage wieder wie immer danke fürs zusehen und hoffe ihr hattet spaß im video bis zum nächsten mal tschö mädö schreibt schreibt Vielen Dank.